Hallo Kackbratzen! Ihr habt von all diesen immer gleichen Resident Evil Kopien die Schnauze gestrichen voll? Ihr habt Nerven aus Stahl und könnt auch den schlimmsten Horror ertragen, ohne dass man während der ganzen Zeit eure feuchten Kackbratzen halten muss? Dann kommt mal her, denn ich hab hier ein Spiel für euch, bei dem euer Arsch bestimmt schon nach wenigen Minuten auf Grundeis gehen wird. Mein großer Bruder. Er war so süß und kalt. Er war meine einzige Familie. Das von Tecmo produzierte Project Zero, das in den US of A aus irgendwelchen seltsamen Marketinggründen in Viertelframe umgetauft wurde, kam in Japan im Jahr 2001 und im Westen nur ein kurzes Jahr später auf den Markt und ist wohl das schrecklichste Spiel, das ihr je gespielt haben werdet, sofern ihr auch den richtigen Mum dafür habt. Im Spiel schlüpft man in die Rolle der jungen Miku, die sich bewaffnet mit einer Taschenlampe, einer ollen Kamera und einem Schulmädchen-Outfit auf die Suche nach ihrem vermissten Bruder Mafuyu begibt. Ihr Bruder war Teil eines Teams, das die Geschichte des Herrenhauses eines berühmten Romanautoren erforschen sollte, in dem es anscheinend nicht mit rechten Dingen zugeht. In einem kurzen Tutorial darf man auch in die Haut des vermissten Bruders schlüpfen, bis zu dem Punkt, an dem er vom Erdboden verschluckt wird. Es liegt nun an euch das Rätsel, um das schreckliche Herrenhaus zu lüften, das bis Oberkante unter Lippe voller Geister ist, von denen einige ziemlich feindselig sind. Während man durch das Herrenhaus schlendert, wird man Stück für Stück die Hintergrundgeschichte aufdröseln, auch anhand vieler vom Team des Bruders zurückgelassenen Notizen und Tagebucheinträgen. Das ehrwürdige Herrenhaus war Schauplatz eines grausamen Mordes, in dem eine Auserwählte im Rahmen eines Rituals mithilfe von Seilen, die an ihren Gliedmaßen und am Hals befestigt waren, in Stücke gerissen wurde. Das Seil wurde anschließend in ihren Blut getränkt, um damit ein Portal zum Jenseits zu versiegeln, um die Welt vor einer dunklen Macht zu schützen. Der übliche heitere Kram also, Als das letzte Mal das besagte Ritual durchgeführt werden sollte, ging aber so einiges schief, denn die letzte glückliche Auserwählte, die sich dem lauschigen Ritual zur Verfügung stellen wollte, verliebte sich in einen Besucher des Herrenhauses. Aus Angst, dass das junge Mädel nicht mehr freiwillig an den Ritual teilnehmen würde, brachte der Hausherr kurzerhand den Liebhaber um und log der Schreinjungfrau ins Gesicht. Allerdings kam die junge Dame der Lüge auf die Spur und ließ das Ritual platzen, was zur Folge hatte, dass die fürchterliche dunkle Macht aus dem Portal entfliehen konnte und jede Seele in dem Herrenhaus tötete, die seitdem dort ihr Unwesen treiben und ebenfalls jeden töten, der auch nur einen Schritt in die Villa wagt. Und ihr könnt euren hübschen Hintern darauf verwetten, dass der Ausflug in die Villa vermutlich der gruseligste Trip sein wird, den ihr je erlebt habt, denn in den dunklen Winkeln des Herrenhauses wird euer Arsch so oft auf Grundteils gehen, dass ihr euch vermutlich schon nach wenigen Minuten unter euer Kuscheldecke verstecken wollt. Allerdings nur bei angeschalteten Licht, denn die Dunkelheit wird euch all die grausam aus dem Leben geworfenen Seelen wieder in euer Gedächtnis bringen, wo sie euch bis auf alle Ewigkeit die Angst eures Lebens einjagen werden. Unsere Heldin macht sich nun also auf, die Villa auf eigene Faust zu erkunden. Dabei hat sie eine praktische Taschenlampe zur Hand, mit der sie nicht nur in jede schlecht geputzte Ritze des Hauses leuchten kann, sondern auch die unfassbar schönsten Lichteffekte erzeugt, die wir damals in einem Videospiel gesehen haben. Leider gibt es eine Menge an Arschkrampen, die euch ans Lieder wollen. Und hier kommt nun die eigentliche Gameplay-Mechanik ins Spiel. Im Normalfall wird wie in den meisten Survival-Horror-Spielen in der Third-Person-Perspektive gespielt, also in den Momenten, in denen wir hauptsächlich die dichte Atmosphäre des Hauses erkunden werden. Wenn es aber in den Kampf übergeht, geht das Spiel in die Ego-Perspektive über und diese Gameplay-Mechanik, meine lieben Damen und Herren-Katbratzen, muss man einfach erlebt haben. Man ballert nicht einfach hirnlos mit einer Waffe auf ohnehin schon tote Monster, um diese noch viel toter zu machen. Stattdessen darf man sich mit Miku auf die schönste Fotosafari seit Pokémon Snap freuen. Mit ihrer leicht antiken Kamera Obskura gilt es nun ein hübsches Bild der lieblichen Geister zu schießen. Man macht das allerdings nicht nur aus Leidenschaft für verstörte Bilder, sondern man saugt mit einem guten Schnappschuss die Lebensenergie der Geister aus. Und das klingt schwieriger, als man meinen könnte. In der Regel hat man absolut keine Zeit für ein perfektes Foto, dennoch möchte das Spiel, dass man im richtigen Augenblick auf den Auslöser drückt. Nur ein perfekt im Sucher der Kamera eingerahmter Geist und ein im Sekundenbruchteil perfekt getimter Druck auf den Auslöser kann dem Feind den erhofften Schaden zufügen. Und dies geschieht meist in dem Moment, in dem sich der Geist direkt auf einen zustürzt und man eigentlich nur seine Beine in die Hand nehmen und einfach so schnell wie möglich weglaufen möchte. Natürlich kann man sein Leben riskieren und ein oder zwei andere Bilder von seinem Geist knipsen, aber man sollte sich ins Gewissen rufen, dass wir nur mit einer analogen Kamera bewaffnet sind. Was bedeutet, dass wir fehlerhafte Bilder nicht löschen und mit einem Film auch nur eine bestimmte Menge an Fotos schießen können. Man findet zwar im Herrenhaus weitere Filme und sogar unterschiedliche Filmtypen mit besseren Exorzismuskräften, aber da wir uns in einem Survival-Horror-Spiel befinden, ist natürlich der verfügbare Vorrat streng begrenzt. Um die Geister-Foto-Love-Story mit der Zeit etwas zu vereinfachen, gibt es immerhin die Möglichkeit, mit verdienten Geistersteinen seine Kamera aufzurüsten und diverse Spezialfähigkeiten zu nutzen. Aber man sollte wohl damit rechnen, dass man die ersten Spieldurchgänge ausschließlich dafür nutzen sollte, um den Umgang mit der Kamera zu lernen. Man sollte auch nicht zu viel in die verfügbaren Spezialfähigkeiten investieren. Erstens kosten sie einen Haufen Punkte und zweitens wird sich der Großteil der Geister ohnehin darüber schlapp lachen. Man sollte sich besser auf die Kamera konzentrieren und deren Funktionsweise. Hat man erstmal kapiert, wie man mit der schlechtesten Kamera aller Zeiten das perfekte Geisterbild knipst, sollte man erstmal einen starken Kakao oder Kaffee zu sich nehmen, um seine Seele wieder auf Vordermann zu bringen und erst dann kann man darüber nachdenken, wie man lebend einen Spieldurchlauf überstehen kann. Das Fotografieren der Geister wird auch zu einer schweißtreibenden Arbeit ausarten, bei der man zu oft gegen seine Instinkte ankämpfen muss. Generell ist Miku nicht unbedingt die schnellste Läuferin aller Zeiten, was in der Flucht vor den Geistern nicht unbedingt von Vorteil ist. Geht man aber in die Ego-Perspektive über, kann man sich zwar immer noch bewegen, aber die Geschwindigkeit wird noch um ein Vielfaches langsamer. Die übliche Strategie besteht darin, dass man versucht ein Bild von einem Geist zu machen, sich einscheißt, kurz wegläuft, um eine neue Position einzunehmen und dann nochmal versucht, ein oder zwei Bilder vom Geist zu schießen. Das funktioniert vielleicht in größeren Räumen, allerdings kommt es in der Villa auch allzu oft vor, dass die Räume viel zu eng sind, was ein Ausweichen fast unmöglich macht. Die Geister sind auf der anderen Seite ca. 150.000 Mal schneller als ihr und können sich von Natur aus in einen anderen Raum teleportieren oder verstecken sich hinter oder in einer Wand, wo sie euch immer noch Schaden zufügen können. Und man sollte sich nicht über den hübsch großen Gesundheitsbalken freuen, denn schon zwei gute feindliche Treffer können euch ins Jenseits befördern. Und selbst im normalen Schwierigkeitsgrad können euch die Geister einen lächerlich hohen Schaden zuführen, was die an sich sehr flauschige Fotosafari zu einem absolut frustreichen Erlebnis macht. Oft kommt es vor, dass man wirklich auch nur einen Sekundenbruchteil zur Verfügung hat, um im richtigen Moment reagieren zu können. Das Problem ist aber, dass man ohnehin schon die ganze Zeit über eine Scheißangst hat. Dann auch noch im richtigen Moment einen kühlen Kopf zu bewahren, ist oft ein Ding der Unmöglichkeit. Man sollte auch unbedingt davon absehen, die ohnehin sehr rar verfügbaren Heilgegenstände allzu früh einzusetzen. Vermutlich läuft man besser, wenn man einfach ein Safe Game nochmal neu lädt und ein weiteres Mal versucht, einen Kampf mit weniger Schaden zu überstehen, was zwar im Verlauf gesehen das Spiel zeitlich enorm in die Länge ziehen wird, aber auf lange Sicht stehen einem viel mehr Ressourcen zur Verfügung, die man einfach bitter nötig hat. Manchmal muss man drei oder vier schwierige Kämpfe gefolgt von einem Bosskampf über sich ergehen lassen, bis man überhaupt die Chance hat, sein Spiel speichern zu können und wenn man auf halbem Weg aufgeben muss, bedeutet das schlichtweg Frust. Und wer übrigens glaubt, mit einem Speicherraum einen sicheren Ort gefunden zu haben, der irrt gewaltig. Project Zero gehört zu der Sorte Spiele, die euch schon von Anfang an klar machen, dass es absolut keinen einzigen sicheren Raum geben wird. Es kann mitunter vorkommen, dass man sich in einen dieser scheinbar sicheren Räume rettet, um dort seinen Lauf abzuspeichern. Dann allerdings kommt aus dem Nichts irgendeine Arschkrampe daher und hindert euch daran, auf den Speicherknopf zu drücken. Erst wenn man die Eindringlinge besiegt hat, kann man sein schwerverdientes Safe Game anlegen. Da auch Project Zero ein Survival-Horror-Spiel ist, wird man auch hier die obligatorischen Rätsel finden. Als hätte man nicht schon mit den Geistern genug zu tun. Die Rätsel sind in der Regel nicht allzu schwer, auch wenn sich das Spiel mit wichtigen Hinweisen sehr zurückhält. Viel schwieriger ist jedoch, dass man durch das plötzliche Auftreten von Geistern komplett aus der Bahn geworfen wird. Und weglaufen wird auch nicht immer helfen, da euch die Arschkrampen gerne auch mal über drei Räume verfolgen werden und vielleicht prügeln sie einem noch die Scheiße aus dem Leib, noch bevor man sich überhaupt in den nächsten Raum retten kann. Zu diesem Punkt hat man vielleicht sogar schon vergessen, was man überhaupt machen wollte, um das aktuelle Rätsel lösen zu können. Die Häufigkeit, mit der man ins Gras beißen wird, ist einfach unvorstellbar groß, womit mit der Angst auch ein wenig Wut hochkommt. Trotz all des unfassbaren Stress, den man erleben wird, muss man aber sagen, dass die Grafik einfach unfassbar gut ist. Selten findet man ein Spiel mit einer so absolut dichten Atmosphäre und dieses Spiel mit Licht und Dunkelheit. Gerade dann, wenn sich die Taschenlampe sich einen Weg durch die dunkelsten Ecken des Hauses bahnt, ist einfach unfassbar schön. Und die schrecklichen Geister werden auch noch lange, nachdem ihr das Spiel beendet habt, in euren Gehirnen rumspuken. Ebenso unfassbar gut sind die Hintergrundgeräusche. Die beängstigende Mischung aus übereinander geschichteten Stimmen und Geräuschen, die definitiv nicht von dieser Welt sind, packen einen so hohen Grad an Angst in das Spiel, dass einem eine dicke Gänsehaut auf der ohnehin schon dicken Gänsehaut wachsen lässt. Nachts mit Kopfhörern dieses Spiel zu spielen, ist wohl die unglaublichste Folter, die ihr euch nur vorstellen könnt. All die Schritte auf den knarzenden Dielenböden, das hohle Flüstern der Stimmen aus dem Jenseits und all diese schrecklichen Geräusche werden euch nachts nicht mehr richtig schlafen lassen. Wenn es ein Horrorspiel gibt, das man unbedingt gespielt haben muss, dann ist es Project Zero. Endlich gibt es ein Spiel, mit dem man nicht den immer gleichen Resident Evil Brei vor die Füße gekotzt bekommt. Das Fotografieren macht großen Spaß, auch wenn die Geister so unfassbar gruselig sind. Allerdings kann das Spiel manchmal hart und gnadenlos sein. Bestimmte Geister erweisen sich als besonders lästig und auch Rätsel können unglaublich irritierend sein. Von daher kann ich verstehen, dass Project Zero kein Spiel für jedermann ist. Allzu oft wird man das Spiel einfach nur voller Frust abschalten und vielleicht nie wieder oder für eine lange Zeit nicht mehr anfassen wollen. Diejenigen, die aber genug Mut und Durchhaltevermögen mitbringen, dürfen sich auf das wohl beste Horrorspiel aller Zeiten freuen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala Bis zum nächsten Mal.